Das Backel. Unlängst habe ich für meinen Nachbarin ein Backel übernommen und dann ist die wochenlang nicht gekommen. Entweder hat sie drauf vergessen oder war sie nicht drauf versessen. Mir jedenfalls hat es interessiert, was für die Nachbarin geliefert wird. Gut, das Backel steht da wochenlang umeinander, drauf steht nur Quelle versand. Ich habe sehr begutachtet von allen Seiten, von den Ländern, von den Breiten. Ich habe aber nicht ausgefunden, was darin sich hat befunden. Und nach drei Wochen und einem Tag war ich sicher, dass ich es aufmachen mag. War da drinnen, wissen Sie, wie schön. Ein Pfirsichfarben ist nicht gleich schön. Und muss ich auch mal dafür wissen, ich habe auch einfach einschlupfen müssen. Das war kein Nachthemd, das war ein Traum. Und gerade wollte ich mir in den Spiegel schauen, da leiten sie an der Tür und die Nachbarin ist hier. Ich stehe vor ihr in ihren Neglischee, kurz darauf tut mir die Waumen weh. Sie hat mich nämlich auch nicht geschmiert, weil sie wollte es noch, die hat mir nicht vorgeführt. Seitdem sind wir bei uns, ich und diese Frau, Bida. Und ihre Backel übernehme ich nie wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.